ja liebe freunde der uhrmacherei herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von uhrmacher werkzeug erklärt heute geht es um unruhe galgen das ist ja jetzt ein werkzeug mit einem recht skurril namen nicht galgen aber was verbirgt sich denn das ist ganz einfach erklärt wenn sie zum beispiel an einer taschenuhr den abfall einstellen wollen also jetzt für die laien das gleichmäßige ticktack geräusch dass das nicht hinkt ja und quasi das ganze in die mitte des ankers einstellen wollen dann kann ich bei modernen uhren den drehpunkt der spirale der unruhe mit dem spiralklötzchen träger der beweglich ist einstellen bei taschenuhren bei alten uhren ist das nicht der fall da ist diese aufnahme die halterung für den spiralklötzchen träger nicht drehbar also fest und dann muss ich das ganze an der unruhe rolle an der spiral rolle ich bitte um verzeihung an der spiral rolle einstellen und dann brauche ich irgendein werkzeug wo man sich das halten kann und sie können sich vorstellen man wäre nicht immer dann erst die spirale vom unruhkloben runternehmen so dass ich denn die unruhe nur noch mit der spirale zusammen habe und das ganze einstellen das wäre viel zu lang ist viel zu langwierig sondern es gibt hier den unruhe galgen mit denen ich das ganze zusammen aufnehmen kann das ist wie eine art dritter arm und dann habe ich eine halterung eine zusätzliche wir packen jetzt mal verschiedene versionen weg und fangen mit der uhr version an das ist nämlich diese hier das ist ein unruhe galgen den ich geerbt habe von uhrmacher meister vogt das hat er selber als auszubildender 1962 ungefähr herstellen dürfen das ist eine arbeit die sehr sehr viele lehrlinge heute noch also in handwerksbetrieben machen müssen um einfach handwerklich das arbeiten mit der drehmaschine zu erlernen und hier haben sie noch einen praktischen bezug dazu ein werkzeug was sie sich selber herstellen und viele jahre nutzen können so hat das uhrmacher meister vogt bis zu seinem tod mit diesem werkzeug gemacht ich habe jetzt hier eine selbst gemachte kappe aus dem stückchen ja durchsichtigen rundriemen abgenommen das ist ganz wichtig weil sie können sich vorstellen hier geht es auch um arbeitsschutz es ist sehr sehr spitz und wenn ich da mal mit vollem karacho drauf haue mit der hand dann fehle ich mir die hand auf und das tut höllisch wie unter umständen das braucht kein mensch und es schützt auch das werkzeug selber sie sehen hier vielleicht so dass die nade dieser diese stahlnadel die konisch gedrehte schon ein knick hat das werkzeug ist mit sicherheit auch schon mal runter gefallen ist ja nun auch schon sehr sehr alt ja ich führe ihnen das mal vor wie man damit zu arbeiten kann ich zeige ihnen ja ich zeige ihnen das einfach mal wir gehen das einfach durch ich habe hier so ein sehr 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 schönes taschenuhrwerk mit einer ganz tollen verzierung einer stahlunruhspirale sehr klassischer einsatz wo man also den unruhe galgen für braucht dann kann ich mir das hier vorsichtig drauf fallen lassen ein bisschen andrücken dann hält das ganze und so kann ich jetzt ich muss mal gucken wie ich das schön präsentiert bekomme die unruhe halten ich habe jetzt extra noch mal fingerlinge drauf gezogen die sind mir ein bisschen zu eng ich habe jetzt aber keine anderen da fürs film reicht das und kann jetzt mit dem werkzeug dort reingehen und das in ruhe einstellen jetzt habe ich aber hier einen nachteil ich muss die hand entsprechend sehr ruhig halten und das ist ja nicht immer einfach und vor allem wenn es länger dauert eine blöde sache also die gefahr dass ein unfall mir passiert ist bei dieser uhrversion sehr schnell gegeben da muss man entweder geübt sein oder man baut sich dort etwas schlaueres etwas anderes so den packen wir mal beiseite hier zeige ich ihnen jetzt mal noch etwas was ich gemacht habe aus resten das war ein unruhe galgen den habe ich hier macht da aus aus dem innen teil von einem von einem zahnradschenkel also von einer tomuhr haben wir mein zahnrad gefertigt und da sind dann vom ausschenkeln des zahnräderrades dieser diese messing in teile übrig geblieben und ich fand die sehr sehr dekorativ habe die aufgehoben und ja hier hat das sogar so einen schriftzug meinen internetnamen phil clock erhalten und ich habe hier aus dem alten schraubendreher der mir mal kaputt gegangen war da ist die auflage für den einen finger mit dem kugel lager dass das schön geführt drehen kann abgebrochen und ja das wird bei mir nicht weggeworfen so etwas sondern bekommen meistens eine neue funktion das ist eine typische uhrmacher sitte dass man nachhaltig arbeitet mit den ressourcen und ja solche neu entstandenen halbzeuge einer neuen funktion zuführt hier habe ich den großen vorteil ich kann diese nadel auswechseln und die zum beispiel entweder mal nachschärfen oder wenn die mir kaputt geht zu oder runter fällt verbiegt eben halt auch mal austauschen ähm das ist nicht schlecht nun kommen wir zu einer weiteren version das sind unruhgeigen die ich jetzt kürzlich erst gefertigt habe die sehen so aus hier so ein bisschen farbenfroh der hier hat sogar ukraine farben das ist aber sehr sehr zufällig weil das sind teile die ich einfach da hatte sachen die ich da hatte und dann wurde das von mir so gemacht ich hatte in irgendeiner kramkiste von so einer uhrmacher auflösung zwei ddr aufnahmen von irgendeinem mikromotor handstück dabei gehabt und die habe ich nie für irgendetwas nutzen können und jetzt kam mir neulich die mensch das kannst du super für so einen deluxe unruhgeigen nutzen und ja die idee war geboren und ich war schon mit kondensstreifen am hintern an der uhrmacher drehmaschine und habe das entsprechend vorbereitet umgearbeitet so dass ich das so mir nutzen konnte das ist eine sehr schöne sache hier kann ich also ich muss jetzt gucken dass ich das so schön für sie auch ins bild festhalte dass hier so eine gerendelte überwurf mutter und dann kann ich den diesen dorn auch in der höhe verstellen was sehr sehr nützlich ist für verschiedene weil sie können sich vorstellen es gibt es sehr viele verschiedene versionen von unruhkloben und spiralen und dass man das ein bisschen aufeinander einstellen kann damit das ganze ein bisschen mehr sicherheit hat wenn ich einstellen am einstellen wir habe ich hier solche auflage teller gemacht die sind aus blauem acryl glas in dem fall sowas habe ich immer mal im haus wenn sie zum beispiel in einem geschäft vorbeigehen für architektur bedarf findet man so etwas oder in bastel geschäften und das kriegt man auch ganz normal im internet bestellt je nachdem mit seiner ländlichen region kommen so nehmen wir wieder mal das darf nicht passieren eigentlich das ist immer gefährlich dass mir da was verbiegt aber gut jetzt haben sie das auch mal gesehen das kann mir auch passieren so und dann kann ich mir ein tellerchen was einigermaßen passt dort entsprechend aussuchen jetzt mache ich das so bei dieser sorte von unruhkloben der unruhgalgen entschuldigung bei dieser sorte von unruhgalgen da stelle ich mir den unruhkloben ein bisschen daneben hin so dass ich genau von oben auf die spiralerolle sehen kann jetzt kann ich das wunderbar festhalten es ist immer so blöd das so zu filmen und irgendwie zu halten so dass sie was sehen und ich aber auch was sehe dass ich jeweils überhaupt was ich machen kann so dann habe ich ich hoffe das geht sich vom nicht her einigermaßen aus dann kann ich von hier oben wunderbar daran arbeiten dass ganz feinfühlig einstellen die spiralerolle auf der unruhwelle verdrehen und damit zum beispiel zu einer alten taschen uhr den abfall genauer einstellen und ich habe mehr sicherheit eine schöne sache wie ich das finde das ist hier jetzt eine kornzange aus neusilber da kann ich das dann auch mal so anfassen wie vorsichtig runter nehmen und wieder in das taschenuhrwerk einsetzen laufen lassen auf die zeitwaage packen und dann sehe ich ob ich einen erfolg erzielt habe der abfall jetzt besser eingestellt ist oder sogar optimal und ich aufhören kann und dann den unruhkloben wieder fest schrauben kann hier sehen sie meine version ein bisschen einfacher das für ein freund von mir das kriegt er demnächst als geschenk auf den tisch gestellt auch ja so was muss man auch mal machen so nachbarschaftliche freundschaftliche hilfe unter uhrmachern wofür solche ablagen aber auch sehr wichtig sind und zwar zum beispiel bei patik philippe die gyromax unruh das ist wo ich exzentrische verschiedene exzentrische gewichte wie nicht verschieden sondern viele exzentrische gewichte das sind glaube ich auf jeder seite sechs stück verteilt habe und damit kann ich die trägheit der unruh einstellen und auch den gang der uhr also das heißt wenn ich jetzt die exzentrischen gewichte mit ihrer masse nach außen zum unruhreif hin einstelle wird die uhr langsamer gehen und wenn ich die nach innen drehe dann wird die uhr schneller gehen das ganze muss ich natürlich zum gleichen betrag machen damit ich keine unwucht in den unruhreif mir hinein ziehe sonst habe ich murks gemacht da ist es extrem wichtig dass sie eine feste auflage haben weil das ist alles sehr sehr fipslich und klein und da möchten sie ihre ruhe haben und das nicht irgendwie noch extra halten müssen sondern sie haben die feste auflage die gibt ihnen die sicherheit und dann können sie entsprechend das in ruhe einstellen dafür sind solche sachen eigentlich essentiell wichtig auch heute noch sie können das auch manchmal aufsetzen und gucken wo der knick in der unruhspirale ist manchmal sieht man einfach besser wo das problem ist oder auch manchmal knoten oder überlappung kann man damit lösen dafür ist sein unruhgeigen auch sehr nützlich auch sehr wichtig das ist wirklich ein werkzeug was recht oft genutzt wird in der uhrmacher werkstatt in der uhrenwerkstatt vor allem allerdings doch mehr wenn es um ältere uhren geht was ich noch sagen würde was ich mal gesehen habe an einer uhrmacher schule in glashütte in einer ausbildung bei ahnung und söhne dort macht man auch einen unruhgeigen in der ausbildung der mit einem höhen verstellbaren dorn ist und die haben das so gelöst die haben denn hier eine viereckige ablageplatte mit einem v-förmigen ausschnitt das ist gar nicht so schlecht das ist dann sehr variabel nutzbar ich muss hier nicht haufenweise tellerchen ins blaue machen und habe das wirklich optimal universell einsetzbar das werkzeug aber ich habe das ein bisschen gescholz und platte zu machen und fand das mit den tellerchen irgendwie schöner ja da sind die geschmäcker verschieden optimal ist eigentlich diese lösung die ich ihnen da gerade erzählt habe ja liebe zuschauer das war sie eine neue ausgabe von uhrmacher werkzeug erklärt hier können die sich alle noch mal versammeln unruh galgen war heute das thema ja mal wieder was neues in diesem sinne liebe freunde wir sehen uns bald wieder tschüss 2 4 5 7 8 11 11 auf 18 21 16 22 Vielen Dank.